Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wackenanreise gestoppt. Wegen andauernder Unwetter haben die Veranstalter des Heavy Metal Festivals einen Anreisestopp für Fahrzeuge bis Festivalende erlassen. Durch den Regen seien die Campingflächen und Wege in einem schlechten Zustand. Es werde versucht, die Fahrzeuge auf Ausweichflächen unterzubringen. Und nun zu den heutigen Ergebnissen der Frauenfußball-WM. China verliert gegen England mit 1 zu 6, Vietnam unterliegt Niederlande mit 0 zu 7, Portugal und die USA spielen 0 zu 0 und Haiti verliert gegen Dänemark mit 0 zu 2. Das Wetter. Immer wieder dichte Wolken, Schauer und Gewitter. Dazu windig bei Höchstwerten von bis zu 27 Grad im Süden. Im Laufe des Abends wird es stellenweise freundlicher.